Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen aus Neuenhagen und heute sind wir hier bei Nikon. Ja, das ist halt Neuenhagen, ja? Guten Abend! Neuenhagen! Die Chefin fehlt. 23.30 Uhr bei Instagram. Werden wir was zum Unterschreiben? Zehn Minuten, dann muss ich auf Instagram. Ach, Sie müssen dann auf Instagram, ja? Ja, dann... Was soll ich schreiben für Gisela? Okay, alles klar. Nee, für mich. Für... Für... Für mich. Für Kathi. Nee, für Kathrin. In Liebe. Mit ihr. Tschüssi! Musik Vielen Dank. Vielen Dank.